Bartholomeus Bruin der Jüngere war ein deutscher Porträtmaler der Renaissance. Leben und Wirken Bartholomeus Bruin war der Sohn von Bartholomeus Bruin, dem Älteren, in dessen Werkstatt er auch ausgebildet wurde. Er galt als der letzte Hauptmeister der alten Kölner Schule und wegen seines beinahe farblosen Inkarnats als Meister der blassen Gesichter. Die Malerfamilie Bruin hatte in Köln eine über hundertjährige Dominanz und repräsentierten die von der niederländischen Kunst beeinflusste Dritte. Epoche der Kölner Malerschule Bartholomeus Bruin heiratete im Jahr 1555 die wohlhabende Agnes Potberg, Potbergs-Bootbergs aus Essenwerden. Sie hatten vier Kinder, von denen ihr Sohn Nikolaus de Bruin in der Familientradition blieb und ebenfalls Maler wurde. Nachdem Bruin im Jahr 1557 seine Geschwister ausbezahlt hatte, gehörten ihm nun die Häuser und die Werkstatt seines Vaters. In Köln galt der Ratsherr und Advokat Hermann von Weinsberg als der maßgebliche Gönner und Förderer von Bruin. Bei seinem ersten Auftragswerk aus dem Jahr 1556, einem Flügelalter, wurde ihm das ikonografische Programm detailliert vorgegeben. Neben Maria und Johannes unter dem Kreuz ließ Weinsberg am vorderen Bildrand links sein eigenes Stifterbild gegenüber das seiner Frau. Beide mit Wappen abgebildet, einfügen. Sämtliche Heiligen, ausgenommen Christus, hat Weinsberg bemerkenswerterweise mit Porträts von weiteren Verwandten und Freunden ausstatten lassen. Bruin richtete später seine Werkstatt im Haus des Malers Stefan Lochner ein, der das sogenannte Haus in der Höhle an der Ecke der Kölner Schildergasse im Jahr 1444 erworben hatte. Da sich Bruins Privathaus neben einer der ältesten Kirchen in Köln befand, nämlich Alt St. Alban, wurde er zeitweise auch als Maler vor St. Albain bezeichnet. Im Jahr 1579 erfolgte durch die Malergafel Bruins Wahl als Nachfolger seines Bruders Arndt Bruin in den Kölner Rat. Bereits zuvor, im Jahr 1567, wurde er ebenso wie zwischen 1580 und 1607 zum Senator ernannt. Ab 1591 ließ sein Augenlicht nach und er erhielt das Ehrenamt eines Bannerherrn. Darüber hinaus gehörte Bartholomeus Bruin noch der Achazius-Bruderschaft an. Nach dem Tod seines Gönners Hermann Weinsberg finden sich ab 1607 keine nennenswerten Informationen mehr über Bartholomeus Bruin. Ab dem Jahr 1610 hat der Maler Gortius Geldhaupt die Stelle von Bartholomeus Bruin dem Jüngeren im Rat der Stadt Köln übernommen. Stil Zunächst malte er im Stil seines Vaters, hatte aber um 1570 seinen eigenen Porträtstil mit lasierendem Duktus entwickelt. Seine Farbpalette bestand aus schwarz, weiß, grau, braun und lavierendem Inkarnat. Die szenischen Darstellungen umgab er mit detailreichen Landschafts- und Stadtansichten. Seine Verblauung bezeugt seine Kenntnis von Leonardo da Vinces es Fumato. Gortius Geldtorp aus Löwen, der schon zu Bruins Lebzeiten zu dessen stärksten Konkurrenten zählte, löste ihn nun auch als Hauptmaler in Köln ab. Werke Flügelalter, tradierte erste eigene Auftragsarbeit. Stifter, Hermann Weinsberg und seine Ehefrau Falkin, Sophie, Gepp. Ribgen, für die Turmhalle von St. Jakob in Köln, wo das sich Werk bis 1579 befand. Mitteltafel im Kölnischen Stadtmuseum, die Flügel sind verschollen. Holzarbeit von Meister Peter, Schnitzer hinter St. Merien. Es stellt eine Golgotha-Gruppe mit den Stiftern Adam und Eva, Abraham und die vier Evangelisten dar. Der Auftraggeber ließ außer im Christuskopf folgende Personen abbilden, Maria, seine Frau, Johannes, seinen Sohn Johann, Abraham, Peter Nuvena, Kirchmeister, Moses, Heinrich von Krofitz, Kirchmeister, Matthias, Meister, Johann Cortesum, Offermann, Markus, sein Bruder, Gottschock, Lukas, sein Bruder, Cherskin, Christian und Johannes, Johann Nuvenhafen, Pastor. 1556 Hermann und Sophie von Weinsberg Portrait 1560 Ulner Diptychon, Signatur, B-A-R-T-H-O-L-O-M-E-O-B-R-V-N-F-E-C-I-T LVR Landesmuseum Bonn Andachts Diptychon, Innen links Peter Ulner betend, Mönchin werden, seit 1565 ab des reformierten Klosters Bergen bei Magdeburg, Innenrechts. Halbfigur Christus das Kreuz tragen Außenseiten rechts Venetas Darstellung eines toten Kopps Dieses Motiv findet sich auch im Eover seines Vaters Circa 1560 Weibliches Portrait mit Gebetbuch Öl auf Leinwand Art Institute auf Chicago 1560 Diptychon Abt Peter Ulner und Christus als Schmerzensmann 1576 Gefangenname Christi im Garten geht Semané mit den Stifterfiguren von Hermann Weinsberg und seiner zweiten Ehefrau Gertrud Gepp. Rippen, Witwe Brass, für den Umgang des Karmelita-Klosters. Für Hermann Weinsberg ist B. Bruin auch als Anstreicher 1576 tätig. 1563 Herrenporträt 43 pro 33 cm. 1566 Herrenbild mit rotem Bart 40 pro 31 cm. 1567 Martinus Snellius, Tondo, Durchmesser 24 cm. Peter Ullner, Porträt, Versuchung Christi mit Stifterfigur, Landesmuseum Bonn. 1576 Gottschalk von Weinsberg. 1576 Elisabeth von Weinsberg-Gepp. Horn, DSG Elle. 1581 Hermann von Wedig on Face 69 pro 33 cm. 17. Mai 1583 Hermann Weinsberg als Kreis am Sonntag, den 17. April 1583 und am Montag, den 2. Mai 1583, sitzt der 66-jährige Porträt. Es ist sein fünfte Porträt. Herrenbildnis, Damenbildnis, Süll auf Holz 51 pro 3 cm. Pater Laurenzius Surius, Kathäuser Münch, 23. Mai 1538, 55 pro 41 cm. Herrenbildnis mit blondem Vollbart 51 pro 34 cm. Bürgermeister Gödert Hytob, 83 pro 39 cm. Damenbildnis 1,03 x 0,71 m. Herrenbildnis mit rötlichem Bart 42 pro 29 cm. Bürgermeister Gödert Hytob und sein Sohn Betend 1,07 x 0,28 cm. Herrenbildnis mit langem weißen Bart 55 pro 33 cm. Herrenbildnis mit Veneterskopf 47 pro 37 cm Herrenbildnis mit rotem Bart 56 x 51 cm Damenbildnis mit Gebetbuch 51 pro 26 cm Hermann von Wedig und drei Söhne 81 pro 33 cm Bischof von Fels 69 pro 53 cm Jungermann Zentimeter, verschollen Bartloser junger Mann on Fels 35 pro 25 cm Alter Mann mit Sohn 112 x 039 m Zwei Frauen und drei Mädchen 112 x 039 m Graubärtiger Herr mit Totenkopf 49 pro 29 cm Schwarzbärtiger mit Jungen vor sich 61 pro 43 cm Junge Dame lebensgroße Halbfigur Ältere Dame 49 pro 69 cm Damenporträt mit rotem Buch Stifterfamilie auf zwei Tafeln Bezeichnung Ofeusen, Heilgen 1539, 1873 von Merlow erworben von Konsul Eduard Weber in Hamburg Sprecher